Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Ja, Bitcoin pumpt. Leider ist unser Trade ausgestoppt worden, gestern oder heute Nacht noch. Warum, wieso, weshalb, das werden wir uns auf jeden Fall in diesem heutigen Video noch mal ein bisschen genauer anschauen. Außerdem sehen wir möglicherweise die 30.000 US-Dollar oder ist das immer noch eine Farce? Das schauen wir uns an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Gerne eure Altcoin-Wünsche unten in die Kommentarspalte reinhauen, damit wir die Woche wieder ein paar Altcoins reingucken können. Und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinhauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, Signale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Gut, und damit würde ich sagen, direkt rein in die Analyse. Momentan traden wir ungefähr 28.400 US-Dollar. Wir sehen schon, unsere kleine Demandzone hat gehalten. Und das war genau der Fehler, auf den ich gleich zu Anfang hineingehen will. Ich habe gestern Abend oder Nachmittag noch das Signal gepostet mit Entry 28k im Golden Pocket direkt. Stop Loss 27,7. Erster Take Profit 28,240. So, jetzt die Hintergrundgeschichte. Wir haben eigentlich den Entry, war eigentlich wirklich perfekt. Wir sind genau ins Golden Pocket, hier unten eben reingekommen. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz von dieser Gesamtbewegung. Ah ne, falsche Gesamtbewegung, egal. Auf jeden Fall sind wir ins Golden Pocket hier reingekommen. Das war alles schön und gut. Warte, ich ziehe es euch trotzdem nochmal. So, da war es. So, Entry war hier im Golden Pocket. Sind reingekommen. Erster Take Profit wurde hier um 10 Dollar verpasst. Schade, ist aber manchmal so. Und dann ging er über Nacht mit einer schönen Abverkaufscandle nochmal zum Weekly Close runter auf 27.500 US-Dollar. Und genau da liegt der Fehler. Hier unten liegt diese Demandzone. Die 1-Stunden-Demandzone mit noch so einer kleinen Ineffizienz. Und genau da hätte der Stop Loss im Nachhinein liegen sollen. Ich bin einfach, ich wollte so wenig Risiko wie möglich reingehen. Deswegen hier 0786er Stop Loss da drunter. Deswegen nochmal ein 100er drunter. Aber gut, sollte nicht sein. Und jetzt geht der Kurs genau dahin, wo wir es eigentlich oder wo ich es eigentlich gedacht habe, dass wir da hingehen. Wir sind jetzt hier wieder knapp an unserer Grenze von diesen letzten Höchstständen, beziehungsweise von unserer Range bei 28.600 US-Dollar. Die Märkte pumpen ein bisschen zu Wochenbeginn. Trotzdem, ob diese Bewegung nachhaltig ist, wird sich dann zeigen. Wir kriegen jetzt hier auf jeden Fall erstmal schönen Volumenimpuls nach oben hin. Denn das ist wichtig, dass auch diese Bewegung nach oben hin jetzt erstmal Volumen gestützt ist, nachdem wir übers Wochenende 0, nichts Bewegung hatten. Ziel ist weiterhin klar, die knapp 30.000 US-Dollar, da bleibe ich auch erstmal stehen, zwischen 29.000 und 30.000 US-Dollar. Das ist jetzt erstmal die Range, die ich erreichen möchte, bevor wir hier irgendwie wieder in irgendeinen Short-Trade reingehen. Grundsätzlich bin ich bullisch, deswegen auch der Long-Trade gestern, der wie gesagt leider ausgestoppt wurde. Das ist jetzt erstmal so das Ziel, die 30k vorübergehend. Wir blicken aber jetzt nochmal ganz kurz, weil ich es eben jetzt gerade schon mal angesprochen habe, dass wir nochmal zum Weekly-Close einen Abverkauf hatten. Gehen wir jetzt gerade nochmal in den Weekly-Chart rein, schauen uns das an, wo hatten wir den Close. Close war eigentlich relativ bullisch über dem letzten Hoch, 28.200 US-Dollar. Sehr, sehr gut. Das war eigentlich so der Ankerpunkt, wo ich gesagt habe, wir sollten nicht unter 28.000 US-Dollar schließen. Wir haben perfekt drüber geschlossen und die neue Weekly-Candle startet schon mal gut. Schauen wir uns den Daily kurz noch dazu an, auch hier kaum Veränderung, kein Lower Low, kein Higher High, also absolute Seitwärtsphase. Genau das, was wir im Endeffekt jetzt auch momentan im Chart drin sehen. Trotzdem gehe ich weiterhin eher davon aus, die 30k, 32k ist momentan das Maximum, was ich erstmal sehe, bis wir dann Richtung 25.200 US-Dollar nochmal abverkauft werden. Hier unten liegt einfach der meiste Volumenimpuls, hier unten liegt einfach der letzte Widerstand, den wir hatten, den nochmal als Support zu bestätigen, wäre das perfekte Bull-Signal bis ungefähr 40, 45k. Weil wir dann im Endeffekt hier oben dann irgendwann aufs Golden Pocket warten, das ist diese Linie hier oben bei den 40 bis 45k, da liegt das Golden Pocket von unserem All-Time-High. Sollten wir dort rejected werden, dann runter 30k und dann von mir aus neues All-Time-High. Aber momentan, wie gesagt, tut sich einfach viel, viel zu wenig. Wir müssen die kleinen Setups mitnehmen, wenn die natürlich nicht aufgehen, ist es schade, aber gut. Das Einzige, was so ein bisschen noch verunsichert, momentan ist eben dieser RSI, der relativ hoch ist auf dem Daily-Time-Frame mit eben dieser Bearish Divergence, die uns eben hier nochmal in den Bereich der 25, 24k runterbringen könnte. Das bleibt das Ziel und da müssen wir uns dann rechtzeitig, sage ich mal, positionieren. Momentan sehe ich einfach noch keinen Short-Entry, weiterhin eher long gestimmt. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen runter in den 4-Stunden-Time-Frame und blicken rüber zu Ethereum und hier ist das Bild noch langweiliger. Also man muss ganz ehrlich sagen, es klingt immer ein bisschen jetzt komisch, aber der Chart ist einfach momentan sehr, sehr öde einfach dargestellt. Wir befinden uns übergeordnet, riesige Seitwärtsbewegung bei Bitcoin, bei Ethereum. Altcoins teilweise mit ein bisschen mehr Bewegung, vor allem Dogecoin, wo ich auch noch einen Trade im Hintergrund habe, den ich euch noch die nächsten Tage wahrscheinlich reinschicken werde, aber der läuft noch ein bisschen so für mich im Kopf. Kann auch sein, dass es dann zu spät ist, aber dann ist es so. Aber auch hier absolute Seitwärtsbewegung. Wir sind jetzt hier erstmal an diesem Hoch rejected worden. Das war auch so gestern das Ziel, wo wir gestern im Video drüber gesprochen haben. Einerseits hier die Ineffizienz, ja, dass ich jetzt gefischt, noch kein höheres Hoch. Da müssen wir mindestens hier dieses 1.817 US-Dollar hoch rausnehmen. Haben wir nicht, wir wurden direkt rejected. Und jetzt kann ich mir auch hier erstmal nochmal so einen kleinen Rücksitzer vorstellen. Ziel liegt dann ungefähr, ich sage jetzt mal hier in dem 0,5er FIP-Level-Bereich, 1.790. Deswegen diese grüne Zone. Maximum, dass wir hier nochmal ins Golden Pocket runterkommen, 1.784. Das wäre jetzt auch so die nächste Trade-Idee, die ich mir momentan so im Kopf durchgehe. 0,5er Entry, 0,618er, also das Golden Pocket, zweiter Entry. Und dann nächster Schuss nach oben. Zumindest das übergeordnete Ziel liegt erstmal bei den 1.860 bis 1.870 US-Dollar. Und da müssen wir gucken, wie weit der Kurs noch pumpen kann. Das ist so die Oberkante dieser Range, beziehungsweise dieses WIX. Deswegen auch das technische Preisziel hierzu. Aber Ethereum, wie gesagt, warte ich jetzt noch ab. Jetzt hinterher zu rennen, macht keinen Sinn. Warten wir lieber auf einen Rücksetzer, das gleiche Spiel wie bei Bitcoin. Gegebenenfalls dann mit diesen Rücksetzer, wo jetzt eben dieser Volumenimpuls kam, den ich gerade eben schon mal angesprochen habe, dass wir in diesem Volumenimpuls den nochmal mitnehmen. Auch hier gleich nochmal dargestellt. Ihr seht hier, dieses krasse Volumen hier in dieser Candle. Können wir mal ganz kurz hier markieren. Das wäre so nächster Entry-Punkt. Ziehen wir auch hier mal ganz kurz das FIP-Level dazu. Seht ihr, okay, Golden Pocket. Für mich wäre das möglicherweise der erste Entry hier und der zweite dann hier unten. Stop-Loss unter diesem Tief bei 27.400 US-Dollar. Risk auch mal ganz kurz dazu anschauen. 1,3, 1,5 Prozent. Absolut human. Eventuell, um auf Nummer sicher zu gehen, geben wir gleich unter die 1-Stunden-Demand-Zone. Nicht zweimal den gleichen Fehler machen. Aber gut. Und bei Ethereum, wie gesagt, 0,5er Entry. Zweiter Entry, Golden Pocket. Stop-Loss würde ich hier unter das Tief legen. Heißt, wir haben hier in der Mitte ein Entry. Gehen da drunter. Werden wir auch bei 1,5 Prozent. Absolut human. Dann meines Erachtens nach für einen möglichen Long Entry in den nächsten Stunden, beziehungsweise für die nächsten Tage. Weil, wie gesagt, ich habe es im Marktausblick dazu gesagt, die Woche an sich. Bis Donnerstag, Freitag sehe ich hier auf jeden Fall bullisches Momentum in den normalen Indizes, in den traditionellen Märkten, auch hier. Und das könnte uns Auftrieb geben bis Donnerstag, Freitag, bis die Arbeitslosenzahlen und die Non-Farmen-Payrolls und natürlich auch die Arbeitslosenquote rauskommt, die dann nochmal für ordentlich Furore sorgen könnte. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch rüber zu den News. Da gibt es nämlich jetzt wieder welche. Gestern gab es keine. Aber jetzt gehen wir rüber. Digitale Währungen, britische Banken mit Bedenken. Welche Bank hat keine Bedenken? Gegen Krypto, gegen Bitcoin, gegen alles. Aber im Endeffekt wird das einfach die Zukunft sein. Oder eine neue goldgedeckte Währung mit dem Brickstart. Dazu kann ich euch das Video von letzter Woche nochmal gerne empfehlen. Ich glaube Donnerstag oder Freitag habe ich es hochgeladen. Mit neuer Währung, neues, ja keine Ahnung, neue Weltwährung, neue Reservewährung. Schaut euch das Video gerne an. Ich kann es euch am Ende hier nochmal verlinken und gerne eure Meinung dazu schreiben. Wird auf jeden Fall zukünftig ein bisschen mehr auf diesen Kanal kommen. Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Heute früh habe ich schon Google und Intel Analyse hochgeladen. Also schaut auch gerne auf dem Zweitkanal vorbei, wenn euch die Aktien noch interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch einen sehr, sehr guten Start in die neue Handelswoche. Auf eine erfolgreiche Woche zusammen. Hoffen wir, dass wir die 30.000 US-Dollar Marke sehen. Dann eine Korrektur sehen und dann to the moon. Das war es von mir. Like da lassen, Abo da lassen. Bis dahinten. Ciao, ciao und wie immer. Stay good.